Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf ist unter den Top 50 Krankenhäusern der Welt. Das ergab eine Analyse des amerikanischen Nachrichtenmagazins Newsweek und der Online-Plattform Statista. Demnach belegt das UKE mit einer Wertung von 84,78 Prozent Rang 43. Im deutschlandweiten Vergleich landet es damit auf Platz 6. Für die Studie wurden weltweit Medizinexperten und Patienten befragt, sowie verschiedene Qualitätsstandards ausgewertet. Beste deutsche Klinik ist die Charité in Berlin auf Rang 7.